Bermuda-Dreik heißt das Kneipenviertel, weil hier schon so mancher verschwunden und nie wieder aufgetaucht ist. Naja, an unserer Wurst kann es nicht liegen. Die hat sogar schon der Herbert Grönemeyer besungen. Kommen Sie in die Stadt, wat macht dich da satt? Currywurst. Unser Geheimnis ist die Soße. Braucht hier aber gar nicht fragen. Das Rezept verraten wir nämlich nicht. Frank, willst du noch ne Schafe? Ne, lass mal, ich hab noch nen Auftritt. Alles klar, hau rein. Let's go.